liebe freunde aus nah und fern speziell aber aus fürth es grüßt euch am heutigen neujahrstag dem ersten januar 2022 euer visionär und damit meine ich natürlich nicht mich sondern diese skulptur geschaffen von rudolf henninger aus schrott altmetall das er gesammelt hat soweit meine informationen dazu meine visionen eher bescheiden aber ich bemühe mich und hier ist immer der ort wo ich zur ruhe komme mein frieden finde mich entspanne für einige solcher möglicherweise in meinem bescheidenen rahmen visionärer gedanken nicht weit weg von meiner wohnung in der kaiserstraße nicht weit weg von der geliebten steinplatte im südstadtpark mir zur zweiten heimat geworden nach meiner emigration aus meiner lieblingsstadt erlangen 1982 nach fürth die stadt habe ich sehr lieb geworden sie ist im laufe der jahre und jahrzehnte immer sympathischer geworden heute fühle ich mich hier wohl sehr sehr wohl und sende euch liebe grüße vom stoni und dem visionär und wünsche euch alles alles gute zum neuen jahr viel gesundheit viel glück und erfolg und halt das was ihr euch wünscht man sieht sich nehmt diese drohung ernst